Schritt für Schritt zurück ins Berufsleben. Promente Steiermark hat im Rahmen der arbeitsrelevanten Kompetenzförderung eine Zweigstelle in Krieglach errichtet. Und zwar in der Sparte Recycling und Reparatur von Elektrogeräten. Promente hat sich zur Aufgabe gemacht, psychisch kranke und soziale, labile Leute wieder in die Gesellschaft einzugliedern. So sollen zwölf Arbeitsplätze in Zukunft zur Verfügung stehen. Nun, wie ist die Vorgangsweise? Bei uns kann jeder defekte Elektrogeräte bringen. Wir schauen uns die Geräte dann an, versuchen sie zum Reparieren. Und wenn wir sie nicht mehr reparieren können, dann schauen wir, dass wir die Geräte recyceln. Entweder für etwas anderes wiederverwenden oder eben dann auch entsorgen. Wenn Sie ein defektes Elektrogerät besitzen, denken Sie in Zukunft an Promente Krieglach. Wir arbeiten seit 2. September jetzt schon und die offizielle Eröffnungsfeier ist dann am 18. Oktober. Und wir freuen uns über jeden Besuch zu unserer Eröffnungsfeier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017